Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Super Mario Land 2 6 Coden Coins Ich bin so dumm, dass es schon nach Brot riecht, wenn ich reinkomme in den Raum Mann, ich wollte erwähnen, mein erstes Video ist fehlerhaft hochgeladen worden Deswegen stand das zweite, das erste zur Verfügung, ich bin so kacke dumm Darauf hat mich gerade einer, oh Gott, ich sehe gerade, das Ding ist ja total verschoben Oh nein, oh nein, oh nein Und wenn ich mach mal kurze Pause, sorry Okay, ich hatte gerade ein paar Problemchen, mein Laptop hat irgendwie alle Tasten doppelt belegt Und man zaunt eben an- und ausgeschalten und keine Ahnung, uns nicht verwirrt Okay, wir müssen diese Summe-Welt jetzt endlich mal schaffen Weil ich möchte nicht noch ein Fail-Video hier hochladen müssen Nein, dieses dreckige Sch... Doch, ich werde noch ein Fail-Video hochladen müssen Und ich werde noch zwei, drei, vier, fünf, sieben, zwölf Fail-Videos hochladen müssen Weil ich es immer wieder verkacken werde Immer und immer wieder Immer und immer Und immer Immer und immer? Ja, immer und immer Wirklich? Oh Mann Und wirk Okay Diesen Teil kennen wir doch jetzt eigentlich schon Zur Genüge Müssten wir ja jedes Mal neu spielen, ist ja klar Na toll Na klasse Ach Gott, bin ich ein Scheiß-Penner Ich bin echt... Oh nein Ja, jetzt fange ich erstmal schon wieder schlechter an Wer sagt mir, dass ich da durchkomme, ohne getroffen zu werden? Niemand Was war denn hier? Ach, der ist scheiß, okay Okay Dann kam... Ups Ja Dann kam das mit den Fäusten Und da darf ich mich nicht blöd anstellen Ups, okay Ups, okay Ähm, ja Das erst der da ist Der Richtige Und ich treffe ihn trotzdem Das gibt's doch gar nicht Ich hab's am Anfang mal richtig gemacht Und hopp Ich kann es eigentlich Aber ich kann es irgendwie nicht mehr Ich hab's im ersten Mal, wo ich hier war Also vor zwölf Videos oder sowas Keine Ahnung, wie oft ich es schon verkackt hab Zwei Videos, glaub ich Äh, aber Ups Da hab ich's richtig gemacht Und jetzt hab ich's verschissen Und was muss ich jetzt machen? Ich muss diese blöden Dreifachen Scheiben Äh, mit Äh, ohne Mit Also Mit Mit einem Mit einem Pilz im besten Fall machen Also Ist das scheiße? Nein, ich schaff's doch nicht Okay 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 Die ein, der einfachste Raum Äh, der zweite einfachste Raum Echt Mh Kann man ein Bier kaufen sollen Ach, nö Mh, man Oh nö Ich glaub der ist Der Bild ist trotzdem ein bisschen verschoben Egal, ich muss jetzt nachher in der Anwendung Mache ich dann neu Keine Ahnung Ich hab anscheinend meinen Camtaser durch die Gegend geschoben Äh, also nicht meinen Camtaser nicht Aber mein, äh Wär nicht schlimm Äh, aber mein, äh Äh, Emulator Ja, den hab ich wahrscheinlich durch die Gegend gezogen Und, ähm Dann war er woanders, als er sein sollte Ähm, schade Ja, schade auch Hier Und da auch schade Ne, nicht schade Hier schade Auch nicht schade Okay 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 Jetzt haben wir's richtig gemacht Na toll Wenigstens eins Was wir richtig machen Okay Okay, weiter geht's Ups Schnups Wups Horst Frank Peter So, na Wenigstens laufen uns die Blumen nicht weg So, okay Mhm Naja, das hatten wir auch schon hundertmal jetzt hier Und das ist wirklich nicht so ein riesen Act Ja, ich hab jetzt gar nicht mehr so doll Angst vor diesem Raum Ich hab mich jetzt eigentlich dran gewöhnt Jetzt bloß jetzt hab ich die Schnauze wieder aufgerissen Zwar kacke ist natürlich Ne, doch nicht Okay Ist das kacke So, okay Und jetzt diesen Scheißraum Ich kann nicht genug Power kriegen Um das Ding zu überspringen Doch, kann ich Okay, der da vorne ist es Und rüber Und ich glaub der nächste ist es da Ja, okay Oh, das erste Mal Dass ich ohne Fäuste durch diesen Raum gekommen bin Das ist ja der Hammer Ich kacke mir ein, Alter Was ist denn das? Wieso bist du denn nicht gesprungen, du kleiner Pisser? Oh nein Ich will nicht mehr diese Scheiße spielen Ich will nicht mehr diese Scheiße spielen Nein, ich will nicht mehr diese Scheiße spielen Ich will nicht mehr diese Scheiße spielen Nein Ich will den, ich will den das Ende Ich will den Endboss spielen Ich will den Endboss besiegen Ich hab jetzt gesehen, was er kann Mehr weiß ich noch nicht über ihn Weil ich mich unendlich dem nicht angestellt habe Schon hundertmal Also man Wenn man den Endboss erreicht Hat man diese Sachen so oft gespielt Dass man sie echt im Schlaf durchlaufen kann Ich kann mich nicht mehr erinnern Ich wusste ja vorhin Ich hab ja schon angekündigt Dass dieses Scheiße hier ein Riesenrotz ist Und das war schon wieder Blödsinn Das war schon wieder Riesenblödsinn Das war schon wieder der größte Blödsinn Den man auf dieser Erde überhaupt machen kann Dass das ein Riesenscheiß war Aber ich dachte eigentlich Das Schloss wäre irgendwie machbar Und dass es dann danach Und ich glaube man besiegt den Gegner auch mehrmals Und nicht nur einmal Und das macht mir jetzt echt Angst Weil wenn ich dann überlege Ich mach den kalt Und muss den ganzen Scheiß nochmal laufen Okay Und weg Oh doch noch nicht Na Okay Hier rauf Und drauf Na klasse Und ich kann noch nicht mehr zurück Und Nö Und gleich auf den nächsten Und auf den nächsten Na klasse Das hast du ja wieder toll hingekriegt Dafür kannst du jetzt das Ne Ja Ja Er springt nicht Ist das ein Scheiß Wieso springt denn dieser Verfickte Pisser nicht Oh Gott Das ist ja nur ein Fluchvideo glaube ich Ich streihe durch die Gegend den Kalb Oh Mann ey Ich stell mich auch blöd an wie Das ist ja nur ein Fluchvideo glaube ich Flacher Sprung Ja 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 Runter Hoch Hoch Runter Hoch Rüber So So Jetzt Zack Okay Jetzt Zack Jetzt flach Vor ihm durch Genau Sonst geht's nicht Hintenrum geht nicht Scheiße Klappt nicht Wirst nochmal getroffen Drucken Weiter Ach nö Das ist doch ermüdend Hier passiert gar nichts Ah Mann ey Aber ich hab noch 16 Leben Und bis dahin möchte ich es geschafft haben Dieses Spiel ist sonst so leicht Und hier geht's total ab Bitte Bitte enttäusch mich nicht Okay Das sah doch schon mal besser aus Okay und jetzt Zeigen mir was wir können Ja Das gibt es nicht Das gibt es nicht Verdammter Kuchen Okay Das wird nix Das krieg ich niemals in meinem Leben gebacken Ich weiß nicht Einmal hab ich es geschafft Okay Ich glaub ich mach es ohne laufen Die Sprünge reichen dafür Und der nicht Fuck Die sind doch so einfach Die hab ich Die hab ich hundertmal geschafft Und jetzt fang ich an An der Scheiße hängen zu bleiben Erst schaff ich es hundertmal Bis nach vorne Und dann wenn ich es einmal packe Packe ich es nie wieder Bis da hinten hin Das kann doch nicht wahr sein So schlimm ist das doch gar nicht Alles hier Doch Weil zu viel auf einmal ist Und du musst alles Hineinander packen Das ist das Problem An der Scheiße Wenn man es nur einmal packen müsste Wäre es ja egal Wenn man es nur eine Bimmel hätte Aber man hat keine Bimmel Okay Leute Ich mach jetzt diese 10 Minuten noch voll Und dann mach ich eine Pause Weil ich hab so eine dermaßen Aggression In meinem Körper Dass ich glaube ich Am liebsten mir erstmal ein Bier holen würde Aber ich muss morgen arbeiten Und nö Ähm Ja gut Also das wäre jetzt kein Aber ich will heute nicht Ich war am Wochenende zweimal Für teuer Geld weg Und stell mich immer noch dumm an Wie eine Kuh mit drei Ecken Und das spare ich mir So Und jetzt hab ich mich wieder dumm angestellt Schön Aber ich glaube ich brauche eine Pause Um ein bisschen klar zu kommen Mit meiner Welt hier Ich stell mich jetzt so was von dumm an Wahnsinn Okay So Okay Jetzt aber Lol Poff Roffel Mau Zack So Und rauf hier Und weiter Und weiter Und hoch da Und runter da Und runter Und weiter Und ja Und komm Jetzt komm Spring Du Heinz Okay Och Gott Mario Du nervst mich so derbe an Ja Geschafft Geschafft Ja 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 Der Rest ist einfach Ja jetzt nur noch über diese Scheiße hier rüber kommen Die eigentlich voll simpel ist Und ich sie einfach nicht mehr kann Ich kotze Okay Leute Das ist hoffentlich das letzte Fail Video Das ich euch liefere Ich mach jetzt erstmal ein kleines Päuschen Und komm mal ganz ruhig runter Und dann versuche ich es weiter Danke Leute Euer Igel